Das ist unglaublich, dieser Blick von Safed runter über Israel. Ein Traum. Was für ein Unterschied zu Nazareth hier. Wieder ganz anders. Nazareth war ja wirklich die Hölle. Also Nazareth hat mir nicht zugefallen. Jerusalem und Nazareth fand ich beides zu chaotisch und zu viele Konflikte, obwohl Nazareth sind jetzt keine Konflikte, aber es war mir einfach zu hektisch. Hier oben ist es einfach traumhaft. Das Kabbalah-Örtchen Safed.